Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeigen wir euch einmal unser Clubtreffen, also die Clubsitzung, mit Lena, die sitzt dort neben mir und ich vertrete Zoe und dahinter sitzt Michelle. Ja, ich werde es... Ja. Was macht Michelle denn mit ihrem Handy? Hörst du das auch, Lena? Ja, ich höre das auch. Okay. Auf jeden Fall, wir werden jetzt nicht... Eigentlich schreiben wir eine Clubsitz rein, das machen wir heute nicht, sondern ich erzähle es. Und zwar rufen wir jetzt einmal... Ordnung im Saal. Ordnung im Saal. Und die Sitzung wird eröffnet. So, es gibt gute Sachen, zum Beispiel, dass neue Leute im Club sind. Das war eigentlich gute Arbeit. Und die schlechte Sache ist... Und die schlechte Sache ist, dass nicht alle zum Clubtreffen kommen. So, ich bin aber mega froh, dass Lena und Michelle in unserem Club sind. Es ist schade natürlich, dass so wenig zum Clubtreffen kommen. Und es ist auch schade, dass Leute nicht dabei sein können. Was auch nicht gut ist, ist, dass manche Leute, die außen stehen und nicht in unserem Club sind, unseren Club beleidigen. So, wiederum gute Sachen sind... Hallo. Hallo. Wiederum gute Sachen sind, dass wieder ein paar Leute in unseren Club reingekommen sind. Hallo. Ja, hallo. Hallo. So. Hiermit... Will ich nochmal aufhören und da rufen. Leute, natürlich läuft das nie so chaotisch, sondern... Natürlich ist das nie so chaotisch. Wir wollten euch nur zeigen, wie das ungefähr abläuft. Eigentlich sitzt es so hier vorne. Und wir gehen jetzt mal alle Sachen von oben nach unten durch. Und wenn ich jetzt hier auf die Sitzung wird beendet klicke, dann ist sie noch nicht beendet. Wir fangen ganz oben an. Ordnung im Saal, Ordnung im Saal. Das zweite ist Sitzung wird eröffnet. Jetzt klicken wir mal auf, die Sitzung wird beendet. Herr Michelle, klatscht einfach die ganze Zeit rum. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ja, das ist ja noch sitzen geblieben. Ja. Und einmal nicht gut, Punkt, Punkt, Punkt. So, Leute, wir zeigen euch das einmal. Ich denke, alle, die noch nicht irgendwo in so einer Sitzung hier drin waren, wir zeigen euch das einmal. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Okay, genau wie da. Auf beiden Seiten kann man einmal die Treppen hochgehen. Hier oben sind dann auch nochmal Plätze, die ich ganz nett finde. Lena könnte sich jetzt rein theoretisch eigentlich auf dem Chefschul sitzen und dasselbe machen. Rein theoretisch könnte ich das. Und rein theoretisch mache ich das auch. Ehrlich, mal hier. Hallo. Oha, seien sie mal gezählt. Nein. Ruhig, ruhig. Umgesetzt, Tett. Ruhig, ruhig, ruhig. Boah, gehst du von mir runter. Ruhig, 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 ruhig. Stich, steht hier. Oh, Leute. Warte. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist echt, Mann. Sag mal, was du machst und dann lass uns das mal gleichzeitig machen. Warte, Ordnung und Sal. Okay, eins. Zwei, drei. Oh, das ist voll cool. Nee, ich bin hier oben. Ich hab dir auf den Kopf gehauen. Lass mal. Lass mal, okay? Warte. Was machen wir? Warte. Nochmal Ordnung und Sal. Okay, eins, zwei, drei. Ach, du ekelhaft. Nochmal im Ordnung und Sal. Wie lange geht denn das? Äh, weiß ich nicht. Lass mal gleichzeitig nicht gut machen. Was? Lass mal gleichzeitig auch dieses nicht gut Ding draufklicken, okay? Nicht gut, ja. Eins, zwei, drei. Ich kann's nicht machen. Warum? Wieso kann ich die Sachen nicht mehr machen, Adolf? Die Sitzung ist beendet. Tschüss. Du kannst jetzt von mir runtergehen. Oh. Oh. Ui. Ich mache Scheiße. So. Ey, da sitzt die wieder. Wie lange geht das? Was? Ja, die, also das CT. CT geht eigentlich gar nicht lau. Oh mein Gott, hier steht ein Steckenpferd. Hier steht dein Pferd. Michelle, guck mal, hier steht dein Pferd. Wollt ihr nur, dass ich aufstehe? Nee, guck mal, hier steht Michaels Pferd. Ohne Witz. Was? Wo denn? Das Steckenpferd, die Trote. Ach, scho. Lass uns mal alle auf den großen Stuhl sitzen. Da kann ich nicht, weil ich keine Clubleistung bin. Was machen wir jetzt? So Leute, das war's dann auch mit dem Video. Das hat so Spaß gemacht. Ich komm jetzt immer. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und macht das auch bei den restlichen Videos. Genau. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr es nicht so gut fandet. Und wenn ihr es gut fandet, dann folgt uns einfach. Genau, Moment. Liken, folgen, Glocke aktivieren. Dann seht ihr alle unsere Videos, wenn ihr uns gut findet. Wenn ich den mal verpisch gehabt habe. Genau. Ganz viele Videos kommen auch mit. Also, wir sind ja im Moment. Wir haben auch eine Überraschung für euch noch. Die wird aber erst später kommen. In unserem Team sind im Moment fünf Leute. Und zwar Lena. Hi. Michelle. Hi. Hier oben. Ich. Hallöle. Und Zoe. Zoe ist ja leider gerade nicht da. Hallo. Schreibt uns mal einen Kommentar, wenn ihr wollt, dass wir alle zu fünfmal ein Video machen. Und die große Überraschung ist, die große Überraschung, das dürfen wir euch natürlich noch nicht sagen. Aber ich denke, wenn jetzt hier, sagen wir, zehn Likes. Wenn jetzt zehn Likes auf diesem Video sind, verraten wir euch die große Überraschung direkt im nächsten Video. Bis morgen Abend 20 Uhr habt ihr Zeit, einen Like dazulassen. Wenn es zehn Likes oder mehr habt, dann werde ich euch die Überraschung verraten. Und damit, ciao Leute. Und wir hoffen natürlich, dass ihr im nächsten Video dabei seid. Abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, damit ihr mehr von uns erfahrt. Und damit ihr direkt die Ersten seid, die ein Like dalassen könnt und wisst, wann ein neues Video rausgekommen ist. Und glaubt mir, wenn ihr das macht, dann fühlt ihr euch so gut. Genau, weil ihr was Gutes getan habt. Wie gesagt, tut es für Lena, tut es für mich. Tut es... Für unseren Club. Tut es für unseren Club, tut es für Michelle, tut es für Zoe. Und tut es für unsere Überraschung. Und damit würde ich sagen, bye. Bye. Bibi.